Heute hat das Bayerische Fernsehen bei uns einen Beitrag für die Frankenschau aktuell gedreht, die am morgigen Freitag, den 5. August, um 17.30 Uhr im dritten Programm zu sehen sein wird. Dazu sind wir mit Richard Mergner, dem Vorsitzenden des Bund Naturschutz in Bayern, zunächst mal in den Wald bei Kledorf gefahren.